Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Barakallahu Fikum, Neschwin yakaraowna al-Qur'an. Das heißt, es kommen vor dem letzten Tag Leute, junge Leute, die den Koran lesen und die schicken jemanden nach vorne, damit er vorbetet, nicht weil er A'lamuhum ist, weil er Wissen hat, sondern weil er den Koran so wie singt. Schöne Stimme, schöne Melodie. Heute, was denken die Leute, ist das nach Ahkam? Zum Beispiel, wenn ich lese, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Für viele Leute sagen, was ist das? Aber wenn ich sage, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Okay, okay, Allah. Ein, ein hat erzählt, der sagt, hier im Koran gelesen, und hinter mir, ihr sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Dezak, Ar-Rahmanir-Rahim, Dezak, 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 Mali Yawmiddin, Dezak, Allah'l-Mustad